Starship-Gerüchteküche am Brodeln, Starbase Megabay wird abgeschottet, JAXA gibt Einblicke in Slim-Landung mit ausgefallenem, abgefallenem Triebwerk, Mars-Helikopter Ingenuity legt Bruchlandung hin und wird nicht mehr fliegen, Boeing Starliner-Problem gelöst, Polaris Downflug mit ersten privaten Weltraumausstieg auf Zielgeraden, Zerstörungstest für aufblasbares Raumstationsmodul, Belgien unterzeichnet Atemesabkommen und Markus Wand steuert von der ISS Roboter auf der Erde als Test für Mond und Mars. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht Start, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wir warten ja weiter gespannt auf den dritten vollintegrierten Flugtest der Starship-Rakete von SpaceX. Hier ein bisschen was aus der Gerüchteküche, also ein bisschen Vorsicht genießen. Neben der eher luftigen offiziellen Ankündigung Mitte Februar gibt es mittlerweile erste Stimmen aus der amerikanischen Community, die vom Valentinstag, also dem 14. Februar als geplante Startdatum sprechen. Vielleicht schon mal im Kalender markieren. Soweit ich weiß, noch nicht offiziell mehren sich aber die Anzeichen, dass SpaceX den Unfallbericht für den zweiten Testflug bei der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FEE eingereicht hat. Kann aber gut sein, dass sich das nur auf einen Arbeitsstand bezieht und daher bitte noch nicht so ernst nehmen. Bei dem letztendlich doch sehr zeitnahen zweiten Starship-Start nach erteilter Flugerlaubnis sollten wir das aber definitiv im Auge behalten. In der Starbase wird auch kräftig an der Startanlage weitergearbeitet. Besonders fallen mir da die Stahlverkleidung am Startturm und die Abdeckung am Starttisch auf. Auch wurden alte vertikale Tanks verstärkt, was wohl gegen ihren zeitnahen Abriss spricht. Für den nächsten Flug soll ja Booster 10 und Chip 28 verwendet werden, die bereits ja beide statisch Feuer getestet wurden. Der in der Macy's Testanlage Druck- und Cryo-getestete Booster 12 ist mittlerweile zurück in der Megabay 1. Der wird nun sehr wahrscheinlich für seine Feuertests Raptor-Triebwerk gehalten und damit ein sehr heißer Kandidat für Flug Nummer 4. Das Mäuschenspielen in der Starbase wird schwieriger werden. Megabay 1 hat diese Woche eine Abdeckung für seine Tür erhalten. Um die Tests und später auch die Flüge zu beschleunigen, wurde nun auch mit der Montage von Startum-2-Segmenten in Boca Chica begonnen. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass bereits ganze Turmsegmente vom Kennedy Space Center auf dem Seeweg nach Texas gebracht wurden. Wir hoffen auf einen Orbit und einen Regelbetrieb des Starship mit allen Science-Fiction-Aussichten, die das mit sich bringen würde, dann hoffentlich bald. Den ersten Flug mit Crew soll das SpaceX-Starship im Polaris-Programm des Milliardärs Jared Isaacman absolvieren. Jared Isaacman war bereits Commander von Inspiration4, der ersten reinen Amateur-Crew im Orbit. Um den ersten Flug im Polaris-Programm, Polaris Dawn, war es etwas ruhiger geworden. Das Programm wurde ja vor zwei Jahren bekannt gegeben und der erste Flug wurde ja für Ende 2022 angekündigt. Ein bisschen Zeit ins Land gegangen seitdem. Jetzt hat Jared Isaacman neue Informationen bekannt gegeben. In der letzten Woche hat die vierköpfige Crew viel Zeit in den bedrückten neuen SpaceX-Raumanzügen verbracht. Auf dem ersten Flug soll ja neben dem höchsten von einer Crew je geflogenem vollen Erdorbit ein Weltraumausstieg erfolgen. Da der SpaceX-Dragon über keine Luftschleuse verfügt, muss dafür die gesamte Luft aus der Kapsel gelassen werden. So ist dann auch die gesamte Crew mit den neuen Anzügen dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Laut Jared Isaacman werden wir noch vor dem Start Bilder der neuen SpaceX-Anzüge bekommen. Und natürlich wird das Ganze wieder von einem Kamerateam begleitet. Laut Jared ist es das gleiche Team, das für Netflix auch Inspiration4 produziert hat. War ja eine schöne Doku, aber für uns Technikfans etwas zu sehr auf Menschen fixiert. Das dürfte sich bei Polaris Dawn und den extrem ambitionierten Zielen mit Sicherheit ändern. Ich sag's ja immer wieder, nachdem Startdienstleistungen, Raumschiffe und bald Raumstationen privatisiert sind, ist das naheliegendste, was in der Raumfahrt privatisiert werden wird, die Astronautenausbildung. Und mit Jared Isaacman, dessen Firma ja neben dem US-Militär weltweit die Kampfpilotenausbildung unterstützt, in enger Kooperation mit SpaceX vermutlich ein sehr, sehr guter Kandidat für so eine private Astronautenausbildung. In dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, dass SpaceX nun offenbar Vorschläge für wissenschaftliche Arbeiten an Bord von Dragon annimmt. Alles Entwicklungen, die gerade für die europäische Raumfahrt sehr gefährlich werden könnten, weil man keine eigenen Fähigkeiten an den Verhandlungstisch bringen kann und andererseits die Raumfahrtbegeisterung der Politik massiv leiden dürfte, wenn einseitig Steuergeld in die USA fließen. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass Impulse Space eine Kickstufe entwickelt, um die Fähigkeiten etablierter Raketen wie der Falcon 9 zu erhöhen. Da sie mit Methan und Sauerstoff läuft und Methan noch nicht sehr verbreitet in der Raumfahrt ist, auch wenn viele der neuen Trägerentwicklungen in diese Richtung gehen, braucht es hierfür spezielle Infrastruktur. Es mehren sich die Anzeichen, dass SpaceX am Pad 39A mit Test von Methanbetankungsinfrastruktur begonnen hat. Hintergrund der Nova Sea Lander von Intuitive Machines nutzt diesen Treibstoff und soll im Februar mit einer Falcon 9 zum Mond fliegen. Das Rennen um die erste kommerzielle Mondlandung ist ja nach den Fehlschlägen von unter anderem iSpace und zuletzt Peregrine weiter offen. Und damit ist der Nova Sea Lander ein heißer Kandidat für diesen Eintrag in die Raumfahrt-Geschichtsbücher. Ganz nebenbei würde Intuitive Machines auch den Einsatz von cryogenen Treibstoffen für eine Mondlandung demonstrieren. Eine Fähigkeit, die aktuell sehr hoch im Kurs steht und mit Sicherheit von der NASA Blue Origin und SpaceX genau verfolgt wird. SpaceX setzt ja sogar bei seinem HLS Starship Mondlander mit Methan auf den gleichen Treibstoff wie der Nova Sea Lander. Hier vielleicht auch ganz interessant, dass der Nova Sea Lander aus dem von der NASA 2011 entwickelten Morphous Lander entstanden ist, der sehr erfolgreich nicht-toxische Treibstoffe und autonome Landetechnologien für die NASA getestet hat. Dafür würde sogar am Ende der Space Shuttle Landebahn am Kennedy Space Center ein Hindernisbett gebaut. Ja und Space Shuttle, das ist eine gute Überleitung. Mein Bild der Woche, ein eingepacktes Raumschiff. Das Space Shuttle Endeavor geht auf seine letzte Reise. Im California Science Center in Los Angeles wird es zusammen mit Feststoffboosterhüllen und dem einzigen flugtauglichen Außentank, der noch üblich ist, senkrecht, in Abflugkonfiguration ausgestellt werden. Sehr cool, alle anderen verbliebenen Shuttles stehen oder hängen ja waagerecht. Wird bestimmt ein ehrfurchteinflößender Anblick, wenn die Ausstellung dann fertig ist. Nicht eingepackt, sondern ausgepackt. Ich hatte ja schon berichtet, dass der Asteroiden-Probenbehälter von OSIRIS-Rex am 10. Januar endlich geöffnet werden konnte. Davon gibt es jetzt Aufnahmen bzw. von dem Staub. Das Probenmaterial umfasst Staub und Gesteine bis zu einer Größe von etwa einem Zentimeter. Das endgültige Gewicht der Probe wird man in den kommenden Wochen bestimmen, wobei bereits über 70 Gramm außen am Behälter ja sichergestellt werden konnten und somit das Ziel der NASA, mindestens 60 Gramm Asteroiden-Material zur Erde zu bringen, bereits übertroffen wurde. Ein leuchtender junger Stern inmitten eines farbigen Nebels. Das James-Webb-Space-Teleskop hat ein grandioses Bild in der großen Magellanschen Wolke aufgenommen. Diese Region ist ein aktives Sternentstehungsgebiet. Das Bild zeigt leuchtende Strukturen in verschiedenen Farben, die unterschiedliche Wellenlänge des infraroten Lichts darstellen. Ein junger, heller Stern nominiert das Zentrum, umgeben von farbenfrohen Gas- und Staubwolken. China hat neben einem extrem ambitionierten staatlichen Raumfahrtprogramm nach dem amerikanischen Vorbild auch ein halbes Dutzend eigener Raketen-Startups, die bereits den Orbit erreicht haben. Ganz besonders sollten wir da Landspace im Auge behalten. Letztes Jahr ja mit der Sukke 2 die erste Methan-Sauerstoff-Rakete, die erfolgreich ein Orbit erreicht hat. Werden aktuell ja viele Bilder der nächsten Träger-Rakete veröffentlicht. Über die Hop-Tests des Technologiedemonstrators für die Wiederverwendung der ersten Stufe, da hatte ich ja bereits berichtet. Jetzt hat Landspace auch den bildstarken Zusammenschnitt dieser Tests veröffentlicht. Ich würde sagen, das sieht doch schon ganz gut aus. Die Edelstahl-Methan-Sauerstoff Sukke 3 von Landspace, ein sehr, sehr starker Kandidat, finde ich, für die erste propulsive Landung eines orbitalfähigen Boosters nach SpaceX. Auch wieder verwendbar in der ersten Stufe die New Glenn von Blue Origin. Zumindest ist das der Masterplan. Blue Origin hat jetzt von der US-Space-Haus 18 Millionen Dollar für Integrationsstudien der Rakete erhalten. Es geht um Nutzlasten für die nationale Sicherheit und das ist ja eine gesicherte Einkommensquelle, deshalb sind da die Startanbieter auch scharf drauf. In den letzten 20 Jahren gingen die ja hauptsächlich an ULA und dann später auch an SpaceX. Jetzt soll also ein dritter Player ertüchtigt werden. Die Europäische Kommission bereitet sich darauf vor, im März einen Entwurf des ersten umfassenden Europäischen Weltraumgesetzes vorzulegen. Darüber hatte ich ja schon mit dem Abgeordneten im Europaparlament Niklas Ninas gesprochen. Dieses Gesetz soll die Bereiche Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit im Weltraum abdecken und die derzeit sehr unterschiedlichen Weltraumregelungen innerhalb der EU auf einen Nenner bringen. Was konkret drinstehen soll, das ist noch nicht öffentlich. Soweit ich verstanden habe, soll das Gesetz, was auch immer drinsteht, sowohl für europäische Unternehmen gelten, als auch für nicht-europäische Unternehmen, die europäischen Nutzlasten starten. Weiter hat die ESA und die Europäische Kommission fünf Firmen für die European Flight Ticket Initiative ausgewählt. Ziel, die Nachfrage nach europäischen Startdiensten steigern und gleichzeitig neue Technologien fördern. Die ausgewählten Unternehmen, ESA Aerospace, Orbex, PLD Space, Rocket Factory Augsburg und Ariane Spass, die sollen in diesem Rahmen Verträge für Startdienstleistungen erhalten. Belgien hat als 34. Land die Artemis Accords unterzeichnet. Es ist der 12. von 22 ESA-Mitgliedstaaten und einer der historisch stärksten ESA-Beitragszahler. Wobei sich die ESA-Raumfahrtbegeisterung dort in den letzten Jahren stark abgekühlt hat und schon von Schließungen von ESA-Einrichtungen gemunkelt wurde. Vielleicht sorgt hier die Auswahl des Belgiers Raphael Ligeux für neue Begeisterung. Der ist jetzt in der Astronautenklasse. Die japanische Mondlandung macht weiter Schlagzeilen. Wir waren ja live bei der Landung von Slim dabei. Und letzte Woche konnte ich nur berichten, dass die Solarpaneele von Slim keinen Saft liefern. Jetzt gibt es Gewissheit und sogar Bilder. Die japanische Raumfahrtagentur Yaksa hat mitgeteilt, man habe den Mondlander Slim etwa zweieinhalb Stunden nach der Landung kontrolliert heruntergefahren. Es besteht aber Hoffnung, dass das Raumfahrzeug wieder aktiviert werden könnte, sobald sich die Position der Sonne ändert und die Solarzellen wieder Energie erzeugen können. Wir drücken die Daumen. Slim hat am 19. Januar seine historische Mondlandung durchgeführt und hat Japan nach der Sowjetunion den USA, China und Indien zur fünften Nation gemacht, der so eine weiche Mondlandung geglückt ist. Kurz vor dem Aufsetzen wurden auch zwei kleine Rover erfolgreich ausgeworfen und in Betrieb genommen. Der größere 2,1 Kilogramm schwere LEV-1, das steht für Lunar Excursion Vehicle 1, hat auch geplante Sprünge in der niedrigen Mondschwerkraft absolviert. Wichtiger für die Mission aber seine direkte Kommunikation mit der Erde, so konnte auch Kontakt mit dem deutlich kleineren LEV-2 aufgenommen werden. Der 250 Gramm schwere LEV-2 Rover, der den Spitznamen Sora-Q trägt, wurde auch aktiv auf der Mondoberfläche gefahren und machte Aufnahmen von Slim, unter anderem die bisher veröffentlichte. Wen genauer interessiert, warum Slim mit den Triebwerken nach oben im Mondstaub steckt, dem empfehle ich wärmstens das Video von Scott Manley, der die von der JAXA veröffentlichten Informationen hervorragend zusammengetragen hat. Die Landung von Slim, die verlief wohl wirklich wie am Schnürchen, bis in einer Höhe von etwa 50 Meter über dem Boden eines der beiden Haupttriebwerke deutlich weniger Schub erzeugt hat. Slim hat daraufhin eigenständig einen Notlandemodus aktiviert, um mit dem verbliebenen Antrieb möglichst weich und akkurat zu landen. Auf einem der Bilder der Navigationskamera können wir sehr wahrscheinlich sogar die abgefallene Düsenerweiterung bei der Landung erkennen. Die punktgenaue Landung am Zielort in einem Radius von 100 Metern ist Slim laut JAXA auch geglückt. Die bisher analysierten Daten der Landung gehen davon aus, dass die vertikale Geschwindigkeit beim Aufsetzen nur etwa 1,4 Meter pro Sekunde betrug. Also etwa so schnell wie ein Fußgänger mit 5 Kilometern pro Stunde. Diese Geschwindigkeit, die war auch in der Designrange für die Landung. Wofür das Raumfahrzeug nicht designt war, das war die horizontale Geschwindigkeit und die Ausrichtung beim Landekontakt. Sehr wahrscheinlich hat dies dann zum Umkippen geführt und zur ungünstigen Ausrichtung der Solarpaneele nach Mondwesten, was aktuell eine Verschattung der Solarpaneele bedeutet. Es besteht noch Hoffnung, dass im weiteren Verlauf des Mondtages der Lander wieder Saft bekommt und sich dann automatisch hochfahren würde. Für diesen Fall, nämlich da wurden die Batterien bei einer Restbeladung von etwa 12 Prozent belassen. Das Ende der Mission, das wird aber sehr wahrscheinlich am 31. Januar erreicht, wenn die Mondnacht beginnt. Weder Lander noch die beiden Kleinstrover sind für die dann erwarteten weit unter minus 100 Grad Celsius designt. Eine weitere unsanfte Landung, Ingenuity wird nie wieder fliegen. Wie das JPL-Team nun bekannt gegeben hat, muss Ingenuity bei seinem letzten Flug unsanft mit mindestens einem seiner beiden Kohlefaserrotoren dem Mars zu nahe gekommen sein. Auf einem Bild kann man klar den Schatten eines abgebrochenen Rotorblatts sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das andere Rotorblatt genauso aussieht. Ich muss ja gestehen, dass ich schon mal eine Drohne mit abgebrochenem Rotor geflogen habe. Aber um bei nur etwa 1 Prozent der irdischen Atmosphärendichte auf dem Mars überhaupt etwas anzuheben, da müssen die Rotoren von Ingenuity mit 2500 Umdrehungen pro Minute drehen. Und das mit einer Unwucht, ja, das kann man laut JPL nicht über eine vernünftig lange Zeit aufrechthalten. Ingenuity war ja als Technologiedemonstrator nicht mit Experimenten oder guten Kameras ausgestattet. Trotzdem hat er natürlich auch tolle Bilder gemacht. Mein Lieblingsbild von ihm zeigt übrigens einen anderen Crash, nämlich die Rückenschale und den Fallschirm, mit dem der Rover Perseverance und Ingenuity auf den Mars gekommen sind. Irgendwie surreal, so etwas auf einem anderen Planeten zu sehen, oder? Zurück zur Ingenuity und seiner Bruchlandung. Was genau bei der Landung schiefgegangen ist, das lässt sich nur schwer feststellen, da Ingenuity zum Zeitpunkt der Landung einen Kommunikationsausfall hatte. Mit 72 Flügen statt der ursprünglich geplanten 3 bis 5 ist der Technologiedemonstrator Ingenuity aber weit, weit über allen Erwartungen unterwegs gewesen und hat die Luftfahrt jenseits der Erde revolutioniert. Wir sagen danke Ingenuity und verneigen uns vor den Ingenieuren am JPL. Übrigens sehr inspirierend, was JPL-Direktorin Lori Leshin zur Zukunft von Ingenuity sagte. Sie träumt nämlich davon, dass einer der zukünftigen NASA-Astronauten, der würde Ingenuity zur Erde zurückbringen, damit wir alle ihn in einem Museum besuchen könnten. NASA und Boeing bereiten sich auf den ersten Crewflugtests des Starliner-Raumschiffs zur ISS vor. Der Starline von Boeing und der Crew Dragon von SpaceX, die waren ja zusammen die Finalisten im Commercial Crew-Programm der NASA. Nach Jahren der Verzögerung bei beiden Firmen könnte SpaceX dann am 30. Mai 2020 das erste Mal Menschen befördern. Mittlerweile machen die das ja ziemlich routiniert. Der Starliner hingegen, der kämpfte nach zwei unbemannten Flügen weiter mit technischen Problemen. Die Teams von Boeing und NASA haben jetzt aber deutliche Fortschritte bei der Lösung der letzten technischen Probleme des Starliners gemacht. Unter anderem wurden erfolgreich Fallschirmtests durchgeführt. Auch wurden nachträglich etwa 1,3 Kilometer P213 Klebeband aus dem Starliner entfernt und dann ersetzt. Das von der NASA ursprünglich freigegebene Material, das wurde bei Nachtests als erhöhtes Brandrisiko identifiziert. Es bleiben noch einige Systemtests, bevor der Starliner dann frühestens im April diesen Jahres zum ersten Mal auf eine Atlas 5 Menschen befördern kann. Der Crew-Flight-Test des Starliners, der wird die NASA-Astronauten Budge Wilmer und Sonny Williams zur ISS bringen. Und natürlich auch heil zurückbringen. Die Landung, die wird die erste Landlandung einer US-Kapsel werden. Ursprünglich auch im Commercial Crew-Programm der NASA, der Dream Chaser von Sierra Space. Mittlerweile ja nur als Frachtversorger weiterentwickelt, soll der ja dieses Jahr zum ersten Mal auf dem zweiten Flug der Vulcan von ULA abheben. Jetzt am 1. Februar wird der Dream Chaser auch das erste Mal zusammengesetzt mit seinem Cargo-Modul der Öffentlichkeit präsentiert. Aber Sierra Space entwickelt außerdem aufblasbare Raumstationsmodule, zum Beispiel für das Orbitery von Blue Origin. Diese Woche hat Sierra ein Testvideo veröffentlicht, das das aufblasbare Modul bei einem Zerstörungstest zeigt. Die Sicherheitsvorgabe der NASA von viermal Betriebsdruck wurde mit 5,3 Bar sogar um 27 Prozent überschritten. Glückwunsch an Sierra! Das Modul hatte übrigens ein Drittel des gesamten Involumens der ISS, kann aber zusammengefaltet auf einer Vielzahl von Raketen gestartet werden. Apropos ISS. Diese Woche hat ESA-Projekt-Astronaut Markus Wand aus Schweden von der ISS aus diverse Roboter auf der Erde gesteuert. Im Rahmen des Surface-Avatar-Experiments vom DLR soll die Zeitverzögerung und die erschwerten Bedingungen für den Roboterpiloten bei der Steuerung aus der Schwerelosigkeit getestet werden. Beides wird für Missionen zu Mond und Mars interessant. Nicht nur für die Entnahme von Proben und für wissenschaftliche Arbeit, sondern vor allem auch beim Bau von Habitatbasen und von Infrastruktur. Dabei gab es diese Woche auch eine Premiere. Bisher wurden ähnliche Experimente nur mit radgetriebenen Robotern aus dem All durchgeführt. Diesmal war mit dem DLR-Roboter Baird noch ein Vierbeiner dabei. Wo wir beim Thema Start sind. Die Senkrechtstarterwoche, die ist am Dienstag, den 23. Januar gestartet. Vom Jingquan-Satellitenstartzentrum in China ist die Kinetica 1 auf ihren Drittflug gegangen. Zum Nutzer, da kann ich euch leider nichts sagen. Betreiber ist CAS Space, eine Ausgründung aus dem Institut für Mechanik an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking. Am Mittwoch, den 24. Januar, ist von der Vandenberg Space Force Base eine Falcon 9 mit einer Ladung Starlink-Satelliten gestartet. Der eingesetzte Booster B10-63 hatte seinen 16. Start und steht nach erfolgreicher Landung nun vor seinem 17. Flug. Aktueller Rekord ist 18 Flüge, wobei Booster 10-58er danach verloren gegangen ist. Am Freitag, den 26. Januar, gab es ein Air-Launch des Spaceship 2 von Virgin Galactic an Bord neben der Crew vier Weltraumtouristen, die etwa 250.000 Dollar pro Ticket gezahlt haben dürften. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der erste Elektron-Start von Rocket Lab in 2024 erfolgt sein. Die Firma würde wieder versuchen, den Booster durch die Atmosphäre zu bekommen und dann an einem Pfeiltrim weich im Meer zu landen oder einem Bergungsschiff den Booster aufsammelt. Wo wir bei Rocket Lab sind, die Firma hat diese Woche Bilder der Arbeiten in Wallops Virginia veröffentlicht. Hier soll die in der ersten Stufe wiederverwendbare, deutlich größere Neutron-Rakete von Rocket Lab zum ersten Mal starten. Ich bin erkältet und das ist für einen Selbstständigen natürlich immer mit mentalem Stress verbunden. Kein Video heißt ja bei mir keine Einnahmen. Also durchhalten ist die Devise. Daher mein besonderer Dank an alle Menschen, die durch ihre regelmäßige monetäre Unterstützung den Kanalbetrieb sichern. Obwohl ich mich heute trotz Schniefnase vor die Kamera stellen konnte, ist es ein tolles Gefühl, dass auch dann, wenn es mal gar nicht gehen sollte und ich kein Video machen würde, es eure Unterstützung gibt. Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal im Gliedschaft. Vielen Dank. Die kommenden Starts wieder im Schnelldurchgang. Am Montag, den 29. Januar, soll vom Kennedy Space Center eine Gruppe von Starlink-Satelliten starten. Auch am Montag auch Starlink, aber von Vandenberg noch ein Start und zu allem Überfluss auch am Montag auch SpaceX, auch Falcon 9. Aber ganz spannend, der erste Weltraumtransporter für die ISS mit SpaceX, der kein Dragon ist, sondern der 20. Cygnus von Northrop Grumman für die ISS. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine ist ja die Antares-Rakete für Starts des Cygnus ausgefallen. Den Wochenabschluss macht wahrscheinlich am Freitag, den 2. Februar, ein chinesischer Sea-Launch mit einer Smart Dragon 3. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und gerne das Video teilen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Immer schön sankreich bleiben. Dein Mau.